Ich hab gerade voller mir voll gefeigelatscht. Oh, hier ist noch jemand. Jetzt läuft es doch besser als zum anderen. Auf jeden Fall. Sonst können wir das mal nachleiten. Ich hab so das Gefühl, wir kommen doch schlecht bei uns. Ja, wir haben ja einen der Spectaten-Dude, aber der würd's doch sagen. Feil. Ich hab mir ne Sprisse selbst reingejagt. Vielleicht Level 3. Spalker. Na, den hab ich. Was ist der letzte? Er ist bestimmt ein Flash-Bow oder sowas. Ne, ein Stalker. Oder ein Crack und er rappt mich wieder. Wir waren Stalker. Er braucht Geld. Es ist einfach passiert, dass der letzte den Crack-Bow um mich gewappt hat. Ernsthaft? Ja! Ich bin gerade voller an Truppe einmal in die Runde gelaufen. So, ich hab mir jetzt schon fast ne A12-Leisten. Hier ist ne Strohflinte. Alex, du kannst hier ne A12-Leisten exakt dafür. Ich hab 2000. Ja, fast. Wo bist du? Okay, Cash here. Someone grab it. Here's some Cash guys. Someone take it. Man, wer stellt denn sich da vor? Cash here. Grab it all. Loads of money. Hey! Wer braucht Geld? Seid ihr noch? Ist das jetzt schon der Patriarch? Oh, verdammt. Jetzt hab ich keine Pipe-Bombs mehr. Haben wir einen Demolischen? Nein. Wer braucht Geld? So gut, ich hab ne Art. Ich hab Alex ein bisschen Geld gegeben. Du hättest gut mit voll. Du hättest gut mit voll. Ist voll? Volle Scheiße. Ja, ich hab 233. Ich hab grad so gereicht. Volle Scheiße. Jetzt kommt die Patriarch. Oh, Astrosen. Jetzt kommt noch mehr. Wir hätten Pipe-Bombs nehmen sollen. Oh ja, das ist ganz wichtig. Wollen wir wieder runter gehen? Ja. Ganz runter oder hier bleiben? Lass mal hier in der Tür bleiben. Oder? Der kann bis den Eingang hoch eigentlich. Ja. Kann man dazu zumachen? Bist du zuschweißen, oder? Nö. Nicht, oder? Nicht, oder? Ja. Ich glaub ich ja weniger. Ich würde von vorne kommen. Kann nicht von hinten kommen, oder? Ich hoff's nicht. Ja wirklich, musst du nur hier eins losgehen. Pass auf, dann schießt du eine Rakete hoch und wir alle sind tot. Ja. Siehst du ihn von draußen durch? Haben. Fahnen wurde es aktiviert. Also befertige ich ihn noch nicht. Heißt du Tobi? Oh, oh, er ist unten drinnen, er ist unten drinnen, er ist genau ein Stück weit unter uns. Okay. Dann verpiss dich doch gar. Alex, komm mal hoch jetzt hier. Er ist umdurch, er ist umdurch, er ist umdurch. Coming. He's coming. Schiff mal, ich hab dir wirklich gesagt. Oh, du hast zwei Granaten blockiert vor mir. Ja, das kann ich doch nicht sein. Wow. Ich wurde getötet. Komm, das schafft ihr immer noch. Ich hab zwei Granaten, ich bin hier bekippt. Wieso schmeißt du die Granaten? Ich muss doch gar nicht. Ja, wir haben keinen Medic mit dir. Der ist so, der ist in Luft gegangen. Der Medic. So. Danach haben wir erst mal die Luft aufgenommen, glaube ich. Ja. Du bist so echt nur rinkriegen hier so. Ah, guck mich nicht. Halt dich den alle voll in der Tür, ne? Ja, das ist total, ne? Da kommt der Patriarch. Der kommt schon. Ray mit der A12. Oh. Versucht dich, dass der euch aus dem Finster schmeißt. Zu spät. Schon tot. Schon tot, der kann direkt vor mir. Ja, ich weiß. Ich hab's ja gesehen. Äh. Neu. Ich hab drei Magazine mit der A12 auf die Schuhe geballert. Mit 60 Schuhe, Alter. Ja, der heilt sich ja immer wieder, wenn er abhauen kann, weißt? Ach so? Sicher? Ja. Immer wenn er abhaut, heilt er sich. Ja, super. Aber das kann der nur dreimal machen. Er hat trotzdem 60 Schuhe mit der A12. Und ich hab' keine aus von den Juduten. Die liegt nicht da. Alex ist mit der, mit der Handcamon gestoppt. Ja, aber dass du alle kennst, weil ich wegslasste und alle war. Sonst hätte ich mal hätten die hier schon öffnen. Schatz. Sein Leuchter wie der A12 hat ich mal. Such den Patriarchen. Ja. Mach den Patriarchen alleine. Hat er den Airsoft gekillt gerade? Ne. Ja. Nein, ich wollte jetzt sagen, ich bin doch nur runter. Hey, ich hab gar nicht. Ich hab die. Ich hab die. So. Das war das erstmal für heute, ne Leute? Jo. Ne Leute, von heute. Ne Leute, Leute. In der Siegpose. Leute, 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 Leute.